Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wieder Cyber Monday, ich habe auch schon die Links, die ich euch jetzt zeige, in fast alle, in die Telegram-Gruppe gemacht. Also im Telegram-Kanal, geht einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die Links, die ich euch jetzt zeige. Und auch den Telegram-Kanal, da poste ich dann halt regelmäßig irgendwelche Links, was ich gerade sehe, was ein tolles Angebot ist und was billiger ist. Wir haben wieder Cyber Monday, ich habe ja schon mal ein Video gemacht und hier sind so ein paar echt coole Sachen. Wir gucken uns ja gleich mal alles an, ich gucke erstmal mit euch die vollfertigten Dinge an, die ich mir jetzt hier schon aufgerufen habe. Winterschnäppchen von Amazon exklusiv Marken, dann bekommt man hier exklusive Marken von Amazon für einen schmalen Thaler. Ja, schmalen Thaler, wenn ich das hier sehe, 1800 zu 1200, naja, aber es ist schon ordentlich preisssparendes Spielzeug ist diesmal auch mit bei. Leider jetzt nichts für meine große oder kleine Tochter mit bei, außer die Sterne, aber die habe ich schon gekauft, die sind schon bei ihr dran. Für meine kleine Tochter könnte ich das eventuell noch bestellen. Dann ganz gut das Speichermöglichkeiten. Wir haben hier eine 16 GB Karte für 4 Euro. Wir haben auch USB Sticks. Ich habe den hier, oder einen von dem, nee, ich glaube von Kingston habe ich, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe auch so einen mit Schieberegler, mit Schieberegler 16 GB, da ist mein Windows 10 drauf. Aber sonst echt gute Angebote. Hier zum Beispiel eine externe Festplatte, äh eine interne Festplatte für 49 Euro mit 256 GB. Dann haben wir Playstation Plus natürlich noch, wieder mal im Angebot. Das ist jetzt bis zum 26. glaube ich, oder so, stand irgendwo. Playstation hat selber auch schon Werbung gemacht. Ihr seht, ich habe es auch gekauft. Ja, nicht nur eh mal. So, dann haben wir hier auch wieder im Angebot das Echo Show, die erste Generation. Wer damit leben kann, dass da halt hier unten ein Lautsprecher drin ist. Ja, dann auf jeden Fall. Wer halt die zweite Generation will. Echo 2 zweite Generation, da ist halt nur Bildschirm. Da sind die Lautsprecher da hinten. Aber, hm. Qualität sind beide gut. Dann Festplatten kann man hier drin machen. Wenn man jetzt öfters mal Festplatten wechselt oder nicht immer eine externe Festplatte in ein Gehäuse kaufen will, sondern einfach nur eine Festplatte, zack, drin. Und dann kann man sich die wichtigsten Daten sichern und dann kommt die Festplatte so wieder in den Schrank. Da passen 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Festplatten rein. Dann hier ein richtig cooles Angebot. Der Epson Drucker. Eigentlich 349. Dann schon runtergesetzt auf 199. Und jetzt durch Cyber Monday nochmal runtergesetzt auf 169. Das sind 180,99 Euro. Preisersparnis 52 Prozent. Das ist ganz gut. Dann die Zahnbürste ist auch echt gut. Ich habe ja schon eine. Das ist hier die ganz teure. Mit so einer komischen Halterung für einen Spiegel. Also ich bin mit meiner Oral-B echt sehr zufrieden. Und ich habe eine billigere Version. Preisgünstigere Version. Aber selbst das ist hier ein geiler Preis. Hier 329 kostet sie eigentlich dann auf 164 runtergesetzt. Und jetzt durch Cyber Monday nochmal runtergesetzt auf 149. Dann hier eine Tastatur. Mit integrierter Maus. Könnte man jetzt für den Fernseher benutzen. Oder für die Playstation. Bei der Playstation weiß ich ja nicht. Da hier eine Tastatur. Aber die Maus geht da glaube ich nicht. Für 16 noch was. Dann haben wir hier noch so eine Gaming Tastatur. Mit beleuchteten Zahlen. Aber mit dem Zeichen hier. So ein bisschen wie das Abstergo Logo aussah. Deswegen habe ich mir das mal angeguckt. So dann den Fire TV Stick erste Generation. Also schon die zweite Generation eigentlich. Aber erste Generation von der Bauweise her denke ich mal. Und dann haben sie hier halt auch noch Pakete. Und den Fire TV Stick mit Alexa. Das ist jetzt das neue. Da haben wir dann halt hier oben noch. Wir haben dann noch laut leise und so. Da kann man dann auch Fernseher mit steuern. Ich denke mal das wird für den Fire TV Cube dann auch kommen. Da bin ich ja schon sehr spannend drauf. Dann kann ich mit dem halt mit dem Fernseher steuern. Und alles andere. Dann haben wir hier noch Festplatten. Ein paar Euro runtergesetzt. Hier zum Beispiel die 500 Gigabyte. Anstatt über 80 Euro. Jetzt knapp 70 Euro. Achso. Ne. Das habe ich für mehrere mal rausgesucht. Die hat nämlich. Hat gesucht. Und hier haben wir dann halt. Die aktuellen Angebote. Die sind jetzt nur noch bis heute Abend. Also wäre blöd wenn wir jetzt hier alle durch gehen. Da mache ich euch den Linkeren. Da könnt ihr selber mal gucken. Und dann haben wir hier natürlich noch die Angebote. die demnächst noch kommen. Hier unten weiter. Auch Hosen sind mit bei. Hier so ein kleines Keyboard. Lichterketten. Skimasken. Pullover. Also schon eine ordentliche Auswahl mit bei. Hier so ein Halter. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Babyphone. Kann man natürlich auch hier die Kategorien. Sich zurecht legen. Wir machen jetzt einfach mal Baby. Dann kriegen wir hier Babyprodukte. Wobei nicht alle Babyprodukte. Alle Produkte hier in der Kategorie für Babys sind. Hier so eine individuelle Schnullerkette. Wollen wir noch holen. Ah. Da wollte ich noch gucken. Das hatte ich mir gestern in Beobachtung gepackt. 14 noch Watt auf 11 noch Watt. Ich glaube da werde ich dann gleich noch mal zuschlagen. Bei Gipsabdrücke. Ich glaube die holen wir gleich doppelt. Für die Omas. Dann kriegt jede Oma einen Handabdruck. Oder jede Oma einen Hand und Fußabdruck. Oder so. Ist halt ein Doppelpack. Oder eine Ema holen. Das muss ich gleich mit Frauchen noch bequatschen. Einen Bilderrahmen wo man was drin machen kann. Ja. Also das sind wirklich extrem geile Produkte. Diesmal mit bei. Also vom Preis her. Geil. Oh. Darauf haben wir ja auch gewartet. Auf so ein Lammfellding. Und das war nämlich gestern schon da. Da konnte man schon angucken. Dass das demnächst kommt. Konnte man dann sagen und beobachten. Aber beobachten ging nicht. Weil ausverkauft war. Oh. Hier so ja mit Tasche. Mit. Mit. Für ein Gott. Von 169 auf 105 Euro runtergesetzt. Das muss ich gleich meiner Frau zeigen. 99 Euro. Das bleibt. Aber hier 109. Das ist auch hier. Oh. Von 169 auf 109 runtergesetzt. Das ist ganz gut. Das werde ich meiner Frau gleich mal zeigen. Aber nicht nur diese. Bitte. Wir haben auch noch. Wo haben wir denn hier. E-Books haben wir auch im Angebot. Aber ich wollte euch noch was anderes zeigen. Das habe ich nämlich voriges Jahr gar nicht so mitgekriegt. Das Amazon Video auch mit bei ist. Da haben wir hier nämlich bis zu 50% auf Blockbuster. Und da haben wir dann hier zum Beispiel. Was nehmen wir da. Den hier. Game Night. Ja. Kann man Game Night für 7 Euro schon kaufen. Oder Black Panther und so. Aber da sind richtig knalle Angebote mit bei. Aber auch nicht nur das. Ich habe ja auch noch. Warte mal. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Games. Selbst bei Games sind geile Angebote mit bei. Wie sagt Playstation Plus. Für 47 Euro. Über 10 Euro billiger. Dann hier so. Lenkrad. Maustastatur. Mauspad. Controller. Mäuse. Spiele sind auch mit bei. Also da müsst ihr mal nach unten gehen. Da könnt ihr dann noch viel mehr. Da sind auch Playstation Spiele mit bei. Und was auch cool ist. Weil ich weiß ja, dass viele von euch auch gerne Blu-rays zu Hause haben. Also nicht elektronisch. So wie ich jetzt streame. Sondern auch eine Blu-ray Sammlung haben. Hier DVD und Blu-rays. Da haben sie nämlich jetzt auch. Hier Märchen. Animes. Wir haben da uns schon ein bisschen was angeguckt. Aber Babyphone geht jetzt momentan vor. Da haben sie ein paar richtig coole Angebote hier. Wo ist der? Da unten. Hier haben wir 10 Blu-rays für 50 Euro. Da geht er dann einfach drauf. Und dann kommt er zu dieser Seite. Hier oben steht das. Also nicht einfach irgendwelche Blu-rays aussuchen. Ihr müsst da richtig drauf klicken. Und dann habt ihr hier das oben stehen. Und dann könnt ihr hier aussuchen. Wie gesagt, das sind 23 Seiten. Da sucht ihr einfach 10 Filme aus, die euch gefallen. Bezahlt die. Also geht in den Warenkorb. Und da steht dann erst noch mehr da. Und dann, wenn ihr weiter geht. Dann seht ihr dann rechts die komplette Rechnung. Da bum 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 bum. So viel kostet das. Minus. Rabatt. Und dann steht da meistens da. Aktion, DVD oder irgend so was. Und dann wird dann das Geld abgezogen. Was drüber ist. Dass ihr nur diese 50 Euro bezahlt. Für 10 Stück. Also ihr könnt auch zweimal 10 kaufen. Also was weiß ich. Such 10 aus. Such dann nochmal 10 aus. Ich bin da ein bisschen immer misstrauisch. Wenn ich sowas mache. Ich such dann nicht 20 aus. Und hoffe dann auf den. Dass es nur 100 Euro kostet. Ich mache dann 10. Und dann suche ich mir die nächsten 10 Filme aus. Also 10 habe ich noch nicht gemacht. Ich habe bei Amazon immer ein 5er Angebot. Und immer ein 3er Angebot. Ne 3er war es schon öfters. Und da habe ich dann ab und zu mal zugeschlagen. Das ist schon mal ein guter Angebot. So. Dann soll es das jetzt auch soweit gewesen sein. Ich werde versuchen euch weiterhin über Cyber Monday auf dem Laufenden zu halten. Für die die nicht verfolgen können. Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ähm. Ich mache auch die Babyfone nochmal rein. Dass ihr wisst welche Babyfone. Ich kann das euch mal zeigen. Äh. Ne. Hier alles fürs Baby. Da habe ich nämlich jetzt hier so. Da habe ich nämlich auch. Seht ihr da. Das war sehr interessiert dran. Wenn das einmal Dinge. Ne. Hier habe ich es nicht drin. Ich habe es in der normalen Wunschliste. Wunschzettel. Ja. Seht ihr. Das habe ich gestern Abend schon drin gemacht. Wie leid dazu kommt demnächst noch ein Video. Also nicht zu diesem. Zu einem anderen. Mein Stuhl. Aber das ist für mich unerschwinglich momentan. Äh. Da. Das Babyfone. Also das ist schon eine ganze Weile. Äh. Äh. Und der setzt vom Preis von 219 auf 264, 69. Und jetzt halt auf 154. Ich hoffe ja noch. Dass das im Cyber Monday jetzt irgendwann drin ist. Oder halt äh. Im Black Friday zum Ende der Woche drin ist. Und dann schlage ich da gleich zu. Ja. Weil das wollen wir unbedingt haben. Das hat Nachtsensor. Und ähm. Alles mögliche Bewegungssensor. Sieht man das hier irgendwo? Ne. Unten war das. Wo man das sieht. Meine Frau ist da ganz heiß drauf. Ich auch. Ich habe es auch mit einem 2, noch was Zoll Bildschirm. Wir wollen aber das mit dem großen. Mit dem 3,5. Ecomood. Ja. Temperatursensor. Ganz wichtig. Ja. Und 300 Meter funktioniert das. Dass das auch durch dicke Wände geht. Ja. Und da sind wir jetzt. Am gucken. Deswegen gucke ich hier jeden Tag. Gerade bei Cyber Monday nach. Ob das da. Da ist. Oder nicht. Ja. Wie gesagt. Ich würde jetzt hier auch einen Schlussstrich machen. Heute Abend mache ich auch einen Livestream. Äh. Auf Odin Zocker. Bis dahin verabschiede ich mich. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.